So, und da sind wir wieder zurück und natürlich jetzt also das Spiel der Spiele gegen ein Team, das klar favorisiert ist gegen uns, ein Team aus der dritten englischen Liga, da liegt, so würde man in Frankreich sagen, aber es ist die Ligue 1 in England und ja, die wir aus der fünften Liga wohlgemerkt und das Team, wie gesagt, aus der dritten, das heißt klar favoriert natürlich unser Gegner, der, ja, ich bin mal gespannt, was der so leisten kann, also wie gesagt, wir sehen hier auch, dass einer debütiert beim Gegner, der Sheehan, der vorher noch nicht gespielt hat bei denen anscheinend, es sind einige, die verletzt sind, Sam Walker, drei sind fraglich, also die könnte er natürlich bringen, aber die Frage ist, ob er das tut, hier ist der Mann mit den meisten Torvorlagen, Linksverteidiger wohlgemerkt und hier der Mann mit den meisten Torvorlagen, was ist hier, äh, Torvorlagen, Torvorlagen, beide, ja, scheinen irgendwie beide gleich viel zu haben und wahrscheinlich vorne auch hier der Top-Torjäger, ja, gut, so viel dazu, also hier sieht man übrigens auch so was, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal was erzählt habe, so jetzt ist natürlich die Frage, welche Taktik wählen wir, wählen wir ein bisschen defensiver oder nicht und, äh, das Problem ist folgendes, ihr seht hier die Vertrautheit und jetzt guckt mal, wenn ich hier wechsle, badam, geht's runter, gehe ich auf Verteidigen, geht's noch weiter runter, also, wir lassen Kontrolle, weil der Gegner unsicher ist, weil der Gegner viel verloren hat, wir versuchen sehr, sehr forsch aufzutreten, möglichst, äh, in den ersten Minuten ein Tor zu erzielen und dann eventuell darüber uns selbstbewusst anzuholen, dann würde ich auch sofort wechseln, also auch kein Abwarten noch bis zur Halbzeit oder sonst irgendwas, sondern dann tatsächlich in den Konter gehen, mal gucken, ob das funktioniert, wir nehmen John Coffey mit für Stephen Payne, der zuletzt nicht so gut gespielt hat, Coffey kam rein, getroffen, wir nehmen das Momentum mit, kann die Rolle ja auch besser spielen, vielleicht ist das sogar die bessere Alternative für dieses Spiel, John Coffey fehlt jetzt extrem an Spielpraxis, könnte da hier Spielprobleme bekommen, wollen sie es trotzdem tun? Es ist das erste Mal, dass wir dieses Zeichen hier bekommen, wir werden es trotzdem tun, 78% Spielpraxis, es gibt noch viel schlimmere Werte, aber zuletzt kam der ja rein und getroffen, also wie gesagt, wir versuchen dieses Momentum mitzunehmen und vielleicht auch mal den Gegner zu überraschen, wir erhalten unsere Ansprache und gehen ins Spiel, Kontrolle wohlgemerkt gegen ein Team mit zwei Liegen höher, also mutig, mutig, wenn wir jetzt allerdings verteidigen, gehe ich davon aus, würden wir das Ding einfach rotzfrech verlieren, deswegen probieren wir unser bestes Bett hier, vielleicht bekommen wir ja direkt eine Chance, ein Tor zu erzielen, das wäre doch klasse, erstmal schauen wir zu, Freitag, der den Ball da fast verliert, also, ein bisschen wird da rumgespielt, da muss man natürlich vorsichtig sein, da hinten den Ball nicht zu verlieren, Bett, Coffey und sieht so aus, wer kriegt denn jetzt den Ball? Das ist immer so eine Geschichte, wer diese Chance bekommt, das ist immer so schwierig zu erkennen, Ajala, jetzt ist der Ball weg und wir haben den Ball wieder, also ihr seht schon, hin und her, Bett auf außen, sieht Gibbs, Gibbs wieder zu Dervin Dic, wieder auf Bett, schön gespielt, der geht lang und länger und der Torwart greift über sich, Perish im Tor des Gegners, mit einer ersten Reaktion, einer ersten Parade, also tatsächlich, hier, der bessere Start für unser Team, und wie es aussieht, können wir den Gegner tatsächlich etwas überraschen, das wundert mich, der Vditch, Bat, Ayala, Freitag, und vor allen Dingen, wenn du 1-0 führen solltest, wenn das funktionieren sollte, dann haben wir natürlich den Gegner wieder da, wo wir ihn eigentlich haben wollen, nämlich, Zweifeln an sich selber, weil seine Moralwerte sowieso schon schlecht sind, durch die letzten Niederlagen, wenn wir jetzt einen kassieren, wird es natürlich schwierig, Eieieieiei, Eieieiei, die sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen, die Jungs, die können auch Fußball kicken, ist auch ganz klar, müssen also vorsichtig sein, möglichst lange vielleicht das 0-0 halten, kann in dieser Situation schon obsolet sein, wir gucken mal, ah, der war gut, der war gut, aber abseits, Sordell, da vorne im Sturm, und hier Ecke Bellamy, der ist hochgespielt, reingespielt, aber, da kommt keiner, wer kriegt den Ball, Freiter, für den ich immer noch Ersatzsucher auf der defensiven Position, wisst ihr ja, Ayala auf Koffee, aber Parrish mit dem Ball, ich glaube, das war schon die Chance, der Kopfball, oder? Oder auch nicht, da ist Magri, der hat den Ball doch eigentlich schon, was macht denn der? in den Pfosten Glück gehabt, Magri mit einem großen, groben Fehler, Eieieiei, da wäre das Ding aber wirklich fast drin gewesen, und das Spiel geht hin und her, die nächste Chance, wieder, kommt der Gegner dran, wieder kriegt der Gegner seine Chance, wieder hat er den Ball, und Vorsicht, da, ich sehe schon, wo der Ball ihm kommt, das sollte vielleicht ein Schuss werden, ich weiß es nicht, auf außen wieder raus, gefährlich von außen, aber, abgefangen, wir sind unter Dauerbeschuss, obwohl wir natürlich hier, versuchen, offensiv zu spielen, ich lasse es trotzdem mal, ihr wisst, ich bin mutig, und bisher spielen wir doch eine gute Partie, gegen ein Team aus zwei Ligen höher, 0 zu 0 zur Halbzeit, das ist doch aller Ehren wert, und vor allen Dingen, wie gesagt, die Motivation beim Gegner, da versuche ich halt drauf abzuzielen, vielleicht, ein Tor zu erzielen, den Gegner zu verunsichern, weiter zu verunsichern, dann zu wechseln, die Ausrichtung, so dass er kommen muss, aber der Gegner wieder, mit der nächsten Chance, klar, die sind hier Feldüberlegen, Edwards, der Ball hoch hinein, Gips, kriegt den Ball, jetzt vielleicht mal eine Chance, kommt da, Möglichkeit, aber auch der, zu unplatziert, da auf Koffi, der kommt da gar nicht an den Ball, so bekommen sie ihre nächste Möglichkeit, oder abgefangen, Ayala, David Ditch, und da ist jetzt mal Koffi durch, Koffi schießt aufs Tor, und erste, dicke Torchance, im zweiten Durchgang, für uns, und wir gucken gleich mal, wie Koffi so drauf ist, ob wir den wechseln müssen, wir sehen, da ist nur der 6,3, der ist nicht gut, deswegen wechseln wir den, Ayala spielt auch nicht gut, aber ich würde jetzt ungern, das ganze offensive Konstrukt, da durch wechseln, es kann ja immer noch, sich jemand verletzen, und dann stehst du da, aber mit Payne machen wir mit Sicherheit nichts verkehrt, Bellamy, von außen, der Eckball lang und länger, aber Parrish kriegt den, fängt den gut ab, sorry, wenn ich hier mal mit der Maus, so ein bisschen rumspiele, das ist auch ein Stück Nervosität, natürlich, Gibbs, Bellamy, ich hoffe immer, dass Payne vielleicht vorne einfach den Ball, reinkleistert, wie immer, das war abzusehen, der bleibt einfach am Ball stehen, spielt ihn nicht weiter, hält den Ball viel zu lange, Harriet, wieder das Hotel, Magri, hat den Ball, spielt ihn raus, aber der Ball kommt wieder zurück, ein Jojo-Effekt hier, Palmer, gefährlich, jetzt da, der Schuss aufs Tor, aber Walker, passt auf, ist unten, und schlägt ihn nach vorne, also wir merken schon, das Spiel ist wirklich ein Auf und Ab Gips, Bellamy, und da ist, Payne, und der Treffer, für, Double Atlantic Payne, mit dem Kontertreffer, unglaubliche Geschichte, wir gehen auf Konter, und hoffen, dass wir, eine Möglichkeit bekommen, den Gegner jetzt auszukontern, logischerweise, defensivere Ausrichtung, müssen wir wählen, hallo, Leute, Porter, kein Foul da jetzt, Briggs, wieder aus, sind raus, gefährlich, und da ist wieder der Treffer, und ja, wir kennen das ja schon, kein Spiel ohne Gegentreffer, Skihen, das ist dieser Mann, der typisiert beim Gegner, dementsprechend ärgerliche Geschichte, ja, Onin, oder Orlu, aber ich glaube, Orlu ist der Bessere, hier auf dieser Position, den wir da auch mal reinbringen, Bad, das ist offensiv, also gucken, vielleicht gibt es ja wieder, eine Möglichkeit, Payne, im Strafraum, wird gefehlt, aber der Schiedsrichter sagt nichts, ah, schade, ich dachte vielleicht, der Elfmeter, das wäre es doch gewesen, der kommt durch, Porta, oi, 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 da zog die Luft noch vorbei, Bet, Ayala, bekommen wir eine Chance, der Ball ist raus, und jetzt geht es schnell beim Gegner, der den nach vorne schlägt, Porta, Porta, und fasst das Tor, man merkt, jetzt, durch den Treffer, haben die wieder ein bisschen Selbstbewusstsein gesammelt, und kommen immer wieder nach vorne, Porta, die nächste Aktion, aber diesmal abgefangen, von der Abwehr, Gibbs, der den Ball versucht rauszuführen, ich weiß jetzt nicht, ob es ausgraut, Bellamy, und da ist, den kennen wir schon, Stephen Payne, der aber hier, keine Möglichkeit zum Abschluss bekommt, Ayala, jetzt also tatsächlich, der Mann, den wir hier, auswechseln müssen, für Diallo, das sind so unsere Standardauswechslungen, würde ich fast sagen, Diallo, der die Position genauso gut ausfüllen kann, da ist er auch direkt am Ball, eingebunden hier in diesen Angriff, Bellamy, Gibbs, schade, jetzt wieder die Chance für den Gegner, kurz vor Schluss, jetzt ist schon die 87. Minute, verlieren wir das Ding noch, tatsächlich, der Treffer, und wir müssen jetzt natürlich aufmachen, ist doch ganz klar, müssen versuchen, das Ding noch irgendwie zu reißen, alles nach vorne, aber, das sieht so aus, als wenn wir die Partie verlieren würden, das ist keine Schande, bei Gott nicht, wir haben jetzt, wirklich, bisher, alles hervorragend gespielt, und da kommt sogar noch der 3-1-Siegtreffer, das ist, wenn du dann natürlich aufmachst, und versuchst, noch was zu reißen, dann kann das aber nach hinten losgehen, wir sind schon über der Spielzeit, hätte eigentlich gar nicht mehr anpfeifen brauchen, und Spielende, wir scheiden aus, aus dem FA Cup, aber völlig, völlig in Ordnung, ja, und wir sagen es ja auch nochmal den Spielern, also, alles okay, ihr habt alles gegeben, da braucht ihr euch keinen Kopf machen, und war die insgesamt jetzt auch, äh, nicht so unterlegen, wie wir das vielleicht gedacht hätten, auch wenn der Gegner natürlich mehr Chancen hatte, ähm, und wir verlieren in der ersten Runde, aber das war, auch die Erwartung, dass wir die erste Runde erreichen, und das, haben wir geschafft, also sehen die erste Runde erreichen, das haben wir auch geschafft, also damit, die Erwartungen erfüllt, ja, ärgerlich natürlich, dass wir verlieren, aber hey, Leute, so, weiter geht's, Frage, will mehr Spielzeit, erst aus gutem Grund, nicht in der Startelf, und wird auch keine Chance bekommen, und jetzt also auch wieder, eine schwierige Partie, vor, unser, vor unserer Brust, den, wir spielen gegen den Vierten aus der Liga, und auch da natürlich wieder Außenseiter, also, wir haben eigentlich nur Außenseiter-Duelle, wenn man so möchte, wir sind eigentlich fast mit keinem das favorisierte Team, können wir auch nicht sein, hallo, ja, gerade jetzt im letzten Spiel, war die Rolle eigentlich ganz klar verteilt, da wunderte mich schon, dass dann, ja, ich mag dieses Dover-Team, und die können es schaffen, aber, the trend is your friend, wie es so oft heißt im Fußball, das funktioniert halt nicht immer, nur weil mal ein Team Paar Spiele verliert, und das andere Paar gewinnt, ist es nicht immer automatisch so, dass da zwei Ligen Unterschied, ähm, locker, überspielt werden, das geht einfach nicht, und deswegen ist das völlig in Ordnung, dass wir hier in unserem elften Spiel, die erste Niederlage kassieren, und es kann auch sein, dass wir jetzt auch, in der Liga mal verlieren, weil wir jetzt dann auch, so einen ersten Rückschlag erlitten haben, dieser Mythos der Unbesiegbarkeit, ist natürlich weg, aber ich sehe gerade, das Spiel ist verlegt worden, ich glaube, das war das jetzt, ähm, so, Patrick hat offensichtlich versucht, einen Wechsel weg von Dover Athletic zu erzwingen, um regelmäßig zu spielen, ähm, und nicht dem Patrick nachzugehen, wenn er lieber woanders spielen will, dann darf er gehen, vielleicht den Respekt vor ihrer Autorität verlieren, wenn sie so leicht einlängen, ich habe mich entschieden, das zu tun, was für den Kader am besten ist, wenn wir Spieler unter uns haben, die nicht glücklich sind, dann werden wir unsere Ziele, nie erreichen, das ist richtig, das lassen wir mal so, ist jetzt das Spiel ist anscheinend doch nicht verschoben worden, ohne der hat genug von Agi Mang, Versprechen angewähren, der Pressegewand für verkaufte Spielersagen, haben wir ja schon versucht, ich glaube, da sind gar keine Angebote gekommen, oder warum ist denn der, immer noch nichts, keine laufende Verhandlungen, also, wir haben den ja angeboten, meine ich, sonst machen wir das jetzt nochmal, Schaden kann es nicht, aber in seinen 35 Jahren, ist das natürlich nicht so ganz leicht, wir versuchen immer wieder zu verkaufen, zack, 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 jawohl, weiter, ich bin jetzt gegen den vierten, dann gegen den ersten, also schwierige Partien vor unserer Brust, schauen wir mal an die Vorschau, was sehen wir da, das ist nicht die unsere Partie, mich immer interessieren, ob wir Favorit sind, oder wer Favorit ist, weil die Quoten sagen, das ist ja mal so ein bisschen aus, sehe jetzt hier aber gerade keine, Quote ehrlich gesagt, die kommen wahrscheinlich erst später, wir gehen mal wieder rein, Teamauswahl, ja, never change a winning team, wir haben ja verloren, also können wir auch tauschen, und bringen es wieder Stephen Payne, jetzt könnte man natürlich noch kritisieren, warum habe ich im letzten Spiel, den nicht gebracht, von Anfang an, aber, so war es auch nicht verkehrt, weil so hat er halt die Möglichkeit bekommen, sich auszuzeichnen, als er reinkam, und das hat ja auch ganz gut funktioniert, wir wechseln mal den Ersatztorwart aus, ich brauche mal einen anderen Auswechselspieler, und ihn habe ich gerade, ne, ich dachte schon, ich hätte irgendwas gesehen, das wäre Quatsch, okay, also Kontrolle, wir bleiben wieder dabei, lasst unsere Taktik so stehen, haben wir auch bisher gut gespielt, die Moral ist auch weiterhin oben, nur einige haben jetzt ein bisschen, ja, nur noch Moral, okay, nach dieser einen Niederlage, und klar, dieser angehen Mangel, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, der ist am Boden, aber meine Güte, darauf können wir nicht immer rücksichtigen, und sagen, jetzt kommen sie ja, Eastlick Favorit, logischerweise, konnte zuletzt einige gute Auswärtsresultate erzielen, und ja, die erwarten ein Remis, schauen wir mal, das wäre für uns, ah, das war schlecht, gut, wieder zurück, das wäre für uns gar nicht so schlecht, unentschieden würde ich sofort unterschreiben, aber ein Heimspiel, zuletzt alles gewonnen, in der Liga, nur im FA Cup ausgeschieden, also wir gucken mal, ob sich der Trend fortsetzt, und wir hier wieder eine gute Partie sehen, Berlemy aufs Tor, erste Torschau, auf unserer Seite, das sehen wir gerne, und die erste Standardsituation beim Gegner, und das sind immer die Dinger, die du so schlecht verteidigen kannst, wo wir schon so viele Tore kassiert haben, dieser Saison, weniger aus dem Spiel heraus, mehr Standardsituationen, auch ein gutes Zeichen, dass die Taktik funktioniert, Pressing auf den Gegner auszuüben, und damit auch, wenig spielerisch möglich zu machen, sondern den Gegner auch in so Aktionen, dann natürlich zu zwingen, dass die über Standardsituationen einzig agiert werden kann, wenn versucht wird, aufs Tor zu schießen, oder beziehungsweise offensive Aktionen zu bekommen, wobei hier die erste dicke Torchance, kein Abseits, das sah mir aber sehr verdächtig danach aus, Walker hinten rettet, mit einer Glanztat, uns vor dem Rückstand, und das war Abseits, da bin ich ganz ruhig geblieben, Einwurf, gefährlich, immer gefährlich, da nur hohe Bälle im Strafraum zu haben, mal gucken, wie wir jetzt als Team reagieren, der Gegner drückt ganz schön, wie gesagt, auch Favorit, muss man ganz klar sagen, Constable, und da ist natürlich eine dicke Torchance, und da haben wir Glück, dass der nicht sofort abgezogen hat, ich glaube, da haben wir ja drin gewesen, von außen, aber er führt den Ball lieber nochmal, wollte den vielleicht nochmal nach innen bringen, weiß ich nicht, nochmal eine dicke Torchance, wieder Walker, wieder Ecke, und das ist ein Eigentor von Bellamy, wenn es der Gegner nicht schafft, dann müssen wir ihn selber rein machen, Bellamy hier, mit einem Eigentor, das ist natürlich, mehr als unglücklich, hoher Ball, und der war knapp daneben, wir sehen übrigens, dass wir deutlich mehr Spielanteile haben, wir müssen mal gleich auf die Ballbesitzstatistiken gucken, da, im Mittelfeld, also wir führen den Ball schon, deutlich häufiger, in der gegnerischen, Hälfte, und hier eine dicke Torchance, für Ayala, der leider nur ans Außennetz abschließt, gibt es kein Abseits, Ecke wieder, also Ballbesitz, spricht für uns, aber, Tore und Chancen, aktuell nicht, gucken wir mal nachher, würde mich aber interessieren, Schüsse aufs Tor, das sehen wir ja jetzt hier leider nicht, jetzt hatten wir gerade, ganz klar mehr Ballbesitz gehabt, der Gegner, aber wieder für nur für einen ganz kurzen Moment, jetzt wieder, wir, David Dic, Sterling, da ist, Bellamy Ayala, der aufs Tor schießt, und wir nähern uns, dem Torerfolg, David Dic, Payne macht Meter, Gips, nimmt ihn nicht wieder mit, aber Bellamy sieht aus, ein Bett, der könnte jetzt mal nach innen spielen, da kommt der Ball, aber gefährliche Situation, Bett schließt ab, aber er ist ein Verteidiger, und kein Stürmer, das wissen wir, ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir hier besser spielen können, dass wir vor allen Dingen nicht schlecht spielen, der Gegner, nach dem 1 zu 0, und nach der starke Anfangsphase, eher zurückhalten, jetzt, hat uns so ein bisschen das Spiel überlassen, haben aber noch nicht die richtigen Mittel und Wege gefunden, das in Tore umzumünzen, wie das so häufig auch noch in letzter Zeit unser Problem war, Ayala auch mit keiner guten Partie heute, fällt uns auf, 6,1, das ist alles andere als gut, offensiv Probleme und hinten immer wieder gefährlich, der Gegner, vor sich da, aber erstmal raus mit der Pille, aber jetzt ist der Ball bei uns, Payton macht vielleicht mal Meter, aber ausgegraut, Ecke, Gips, Standardsituation, vielleicht klappt ja das ja auch mal für uns, aber leider hat hier noch keine Standardsituation so wirklich funktioniert, bei uns, ich glaube wir haben noch kein Tor nach einer Ecke gemacht, nur kassiert, und die nächste Chance für, Eastlick, die, wieder gefährlich nach vorne kommen, und jetzt gibt es auch noch Elfmeter, habe ich nicht gesehen, Tinge muss da gehalten haben in der Mitte, und ja, jetzt kommt natürlich einiges zusammen, Eigentor, Elfmeter, so kann man dann das Spiel natürlich auch verlieren, und der ist drin, ja, und das ist das, was ich gesagt habe, ja, also man darf sich davon nicht demotivieren lassen, das passiert schon mal, und das ist auch ganz normal, dass das passieren kann, Dialo, den wir jetzt mal wechseln, für Ayala, der auf der Seite gar nicht glücklich geworden ist bisher, Tinge auch mit keiner guten Partie, bringen wir Orlu, und wechseln so aus, zu einem frühen Zeitpunkt alle drei Wechsel, einfach nochmal, um nochmal so einen Schwung da reinzubringen, vielleicht, ich glaube, an den Chancen hat es nicht gelegen bisher, davon hatten wir auch genug, aber, man kann natürlich dann auch mal so ein paar Partien schon verlieren, wie gesagt, das ist ganz natürlich, und ihr seht ja, das ist ja jetzt nicht, weil wir hier klar unterlegen waren, sondern Eigentor, Elfmeter, da kann natürlich dann auch mal eine ganze Menge Pech, einfach auch noch mit dazu kommen, aber da ist die, Kialo, Anschlusstreffer, klasse Ding, da oben rechts, und da konnte Pog nicht mehr viel machen, und das ist dieses Element, von dem ich gesprochen habe, mal etwas, Rotation da reinzubringen, vielleicht geht da ja noch was, na, Bet, das könnte nochmal eine Chance geben, warum nicht, spielt den Ball weit zurück, ai, 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 Sterling, Magri, das war nicht gut gemacht, sondern jetzt wieder der Gegner, das ist mir schon gerochen, dass da jetzt irgendwas langes kommt, aber auch der abgefangen, Dialo, der bisher gut spielt, nach seiner Einwechslung, ein Tor erzielt, und auch bei vielen Aktionen beteiligt, Freiter, und den wir auch eingewechselt haben, auch noch frisch, auch noch fit, Bet, Dialo, und der nächste Schuss aufs Tor, schade, schade, also die Einwechslung hat sich ja mal dick gelohnt, seitdem scheint es offensiv etwas zwingender zu werden, noch habe ich die Partie nicht abgeschenkt, Payne kommt an den Ball, aber der ist zu zentral, sehr, sehr schade, meine Güte, den hat der noch zuletzt so einfach reingemacht, Ausrichtung werde ich nicht verändern, vielleicht reicht es dann nicht mehr, und es sieht so aus, als wenn wir die Partie verlieren, aber meine Güte, auch da muss man sagen, ja, das war natürlich jetzt, blöd, dass wir verloren haben, aber da war auch eine ganze Menge Pech dabei, muss man wirklich sagen, Eigentor und Elfmeter, und damit auch unsere erste Pflichtspielniederlage in der Liga, das passiert, da brauchen wir uns gar keinen Kopf drum machen, ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und hoffentlich geht es dann im nächsten Tag wieder etwas aufwärts, beziehungsweise wieder positiver von den Ergebnissen her, aber ich denke mal, wie gesagt, bei so viel Pech, da kann man wenig machen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.